soweit für den moment zu dieser zinsbetrachtung ein anderes thema was uns natürlich momentan sehr sehr stark beschäftigt das sind die bilder aus nahost und dazu gerne auch noch mal den satz oder diese diese sätze dazu es ist ja immer wieder der hasse der überall der hasse das ist jetzt im kleinen so in dem privaten umfeld ich habe noch niemanden erlebt der seine meinung geändert hat wenn ich nur laut genug angeschrien habe und aggressiv genug war dann hat er ganz selten eingeknickt und gesagt auch nee hast ja eigentlich recht so ist noch gar nicht gesehen sondern immer nur im vernünftigen dialog in dem man auch das anderen seine die ansicht des anderen mit einbezieht und respektiert anders hat das noch nie funktioniert hass erzeugt immer noch mehr hass immer noch mehr gewalt und im moment sehen wir eine situation im nahen osten die die ganze region explodieren lassen kann das ist mal wieder die gefahr des dritten weltkrieges im raum übrigens etwas was wir seit jahren permanent offenkundig haben die gefahr des dritten weltkriegs sind also dran als die als amerika mit nordkorea vor wenigen jahren unmittelbar davor stand wo jeden morgen gedacht um gottes willen haben die nordkoreaner irgendwas angestellt ist irgendwas passiert und weiß heute denkt man gar nicht mehr so groß dran denken sie an syrien als sich die russen die amerikaner da plötzlich gegenüber standen man dachte oje eine falsche rakete und ist im dritten weltkrieg ist daraus gott sei dank auch nicht entstanden ukraine russen und der westen jato stehen sie hier faktisch im stellvertreterkrieg direkt stirn an stirn gegenüber bisher gott sei dank noch nicht darüber hinaus eskaliert ja aber die gefahren werden größer man muss sagen wir können hoffen dass es nicht dazu kommt jetzt haben wir eine neue situation ähnlicher falls im nahen osten die medien ukraine spielt kaum noch ein thema ist auch ausgelutscht konnte keiner mehr hören es ist mal auf israel und nahe osten das sind jetzt die schlagzeilen des tages die breaking news und sonst was und das wird uns sicherlich auch noch etliche monate beschäftigen und wir können alle nur hoffen dass da die gespräche spannender sind oder besser sind und diplomatie einzug erhält einzug hält mit lösungsansätzen für alle beteiligten anstatt hass auf hass folgen zu lassen denn wie gesagt der konflikt ist jetzt ist jahrzehnte alt manche sagen jahrtausende alt aber auf jeden fall jahrzehnte alt und man hat es immer wieder mit hass probiert und nie hat der hass zu einer lösung gefunden immer wenn man mal zu einer diplomatischen teil lösung kam ja dann hat man aber das nicht fortgeführt dann hat man daraus nichts sinnvolles geschaffen sondern am ende immer nur wieder ja gewalt auf der einen seite drangsalierung auf der anderen seite anstatt wirklich die gegenseitigen interessen mal wirklich zu berücksichtigen und wissen sie gerade was dieses massaker angeht das ist sind bilder die kann man sich ja nicht vorstellen das ist ja ein wahnsinn was da passiert ist und da gibt es ja gar keine zwei meinungen dazu dass sowas absolut unmenschlich ist und nicht unsere welt unsere zivilisierte welt erst rechtlich gehört man dachte eigentlich man hätte sowas hinter sich erinnern sich daran jetzt wie es in den letzten jahrtausenden war in den erzählungen aber dann was für was für unglaubliche gewalteskalationen wir hier gesehen haben und jetzt stehen wir davor das ist und wir sehen dass israel jetzt im gegenzug den gazastreifen bombardiert und diese bomben unterscheiden nicht zwischen terrorist zwischen einem der verbrechen begangen hat und babys und frauen und sonst was sondern da wird alles zerfetzt und das in großem stil tausende tote inzwischen auf beiden seiten und es sieht nicht so aus als wird das besser werden bodenoffensive egal was da jetzt kommt es wird noch mehr gewalt geben noch mehr tote noch mehr widmen noch mehr kinder die ihre väter verlieren und die rache schwören und die spirale geht einfach nur weiter bis die wieder so stark sind dass sie wieder was anstellen können ja jetzt sagt man oder müssen wir sind nur einfach alle umbringen dann ist doch geschockt dem dann ist so alles gut mein gott wir kommen immer weiter ins mittelalter zurück in die finsterste zeiten deutscher internationaler menschlicher geschichte und ja da sollten doch versuchen da rauszukommen ja ich weiß anstelle dieser bilder fällt es schwer nicht für hass verständnis aufzubringen aber ich für mich habe gefunden dass hass überhaupt nichts hilfreiches ist egal wie die situation ist und ich bin vor einigen jahren schon auf eine geschichte gestoßen die ich gern mit ihnen teilen möchte und zwar das war wenn ich mich muss ich mal selber nachgucken ob ich da wann das genau war ich glaube es war 2006 gab es ein massaker in den usa und zwar bei einer amish schule die amish sie kennen die die sind so sehr religiös so schwarz angezogen und fahren teilweise um pferdewagen rum diesen sehr sehr christlicher tief religiöser verein und da gab es ein massaker von einem amokläufer man weiß bis heute nicht warum er das getan hat der eine amish schule gestürmt hat und es gab da fünf tote mädchen im alter von sechs bis 13 jahren und ganz grauenvolle geschichte er hat sich dann selbst gerichtet wie gesagt man weiß bis heute nicht recht warum er das getan hat aber was damals das beeindruckende war und um die welt gegangen es wurde auch verfilmt und hat mich sehr sehr bewegt das war die reaktion der amish auf dieses verbrechen und zwar gegenüber dem täter wie auch gegenüber der familie des täters der täter hat sich selbst gerichtet den das thema war erledigt aber die amish haben denen vergeben sie haben den täter vergeben sie haben der familie vergeben sie haben den nicht nur vergeben sie haben einen fond eingerichtet sie haben der familie des täters geholfen und das hat so ganz faszinierenden ergebnissen geführt ich habe dieses zitat gefunden von diesem oberhaupt der amish und der sagte damals wir haben keine feinde wir alles in kinder gottes und vergebung ist der kern unseres christlichen glaubens wenn wir denen nicht vergeben können die uns schaden wollen dann bedeutet unser glaube nichts und das ist etwas was auch schon im taoismus das thema war es gibt kein großeres unglück als das gefühl ich habe einen feind und das loszulassen sich davon zu lösen ich glaube das haben die amish in einer art und weise praktiziert so schwer dass in einem solchen moment fällt die einen nur bewundern lassen kann und daraus passierte dann sehr viel in der nach betrachtung denn nach die haben dann auch gesammelt haben dann wie gesagt auch die die familie des täters zu den beerdigungen eingeladen sie selbst ein teil der amish haben an der beerdigung des täters teilgenommen als man hat hier versucht anders mit dem thema umzugehen als nur hass mit hass und die reaktion der der familie die sagte auch ein in einem offenen brief in dem sie den ähmischen ihre für ihre vergebung ihre güte und ihre barmherzigkeit dankte und sie sagte das verhalten der ähmischen habe nicht nur ihre familie geholfen es wirkte weit darüber hinaus und könne die welt verändern also das ist genau das um was es geht wir können die welt verändern indem wir diesen wahnsinnigen kreislauf von hass und gewalt unterbrechen und das geht immer eigentlich nur von denen die gerade opfer von gewalt wurden oder von hass wurden das sind die die den kreislauf unterbrechen können und mit noch mehr hass zu reagieren dass wir die nächste spirale erzeugen irgendwann muss man aufhören was ist ein glaube wert was ist eine gemeinschaft wert wenn sie auf hass besteht auf hass beruht und entsprechend weitergeht dass man gewalt ablehnt dass man gewalt abwehrt dass man sich gegen verbrechen schützt das ist alles legitim aber nicht mehr und auch hier in den alten asiatischen schriften heißt es immer dass ein gutes heer eine gute armee kein hass pflegt sie wird den gegner stoppen sie wird das tun was zu tun ist aber ohne hass sie kennt den feind nicht und sie wird den feind respektieren und sobald die gewalt die chance besteht die gewalt zu beenden ist auch sofort tun den schritt den fuß sofort zurücknehmen und es wird am ende wenn sich zwei gleich starke armeen gegenüberstehen so heißt es wenn heere aufeinander eben wenn herde soll wenn heere einander eben würdig sind siegt das mit fühlende in diesem sinne hoffen wir das hier auch wo sie jetzt hier wieder massive truppen kontingente und kämpfer gegenüberstehen dass der mit fühlendere siegt und vielleicht den schritt nicht tut den er tun könnte und vielleicht damit die spirale der gewalt beendet wird aber vor allem glaube ich dass dieses was wir hier beobachten und was uns das herz zerreißt wenn wir das sehen auf der einen wie auf der anderen seite da müssen wir gar keinen unterschied machen dass wir das als anlass nehmen nicht nur zu wettern was die hamas macht was die israelis jetzt tun sondern in uns selbst zu prüfen wie machen wir es denn was sind unsere emotionen wenn uns unbill widerfährt wie reagieren wir wo schreien wir andere an ganz egal wo und wen und ja ja das ist ja dann aber berechtigt nein ist es vielleicht nicht wo suchen wir den konflikt und statt uns zurückzunehmen und versuchen mit dialog was zu erreichen und jemanden mit denen wir vielleicht überkreuz lagen vielleicht den ersten schritt zu machen zu sagen du wir haben noch eine rechnung offen von vor einiger zeit lass uns dann haken dran setzen also ich glaube wir werden nicht verhindern können was ihnen nach ost passiert aber wir können die welt ein kleines bisschen besser machen indem wir versuchen anders mit umzugehen die welt verändert sich nie indem nur einer ganz oben mal alles anders macht sondern nur in dem ganz viele da unten anfangen was anders zu machen und sich nicht in diese spirale des hass reinziehen lassen nicht in diese spirale des du gegen ich gegen dich du gegen mich hinein ziehen lassen sondern da eins weiter vorgehen in der bibel wenn wir jetzt an auch an israel denken im alten testament da stand schon drin auge um auge zahn und zahn und dabei war das aber nicht grausam sondern das war eine mahnung maß zu halten weil in der zeit davor die leute über reagiert haben das heißt wenn einer jemand einen umgebracht hat dann hat man fünf oder zehn auf der anderen seite umgebracht als rache und so hat sich das immer wieder hochgeschaukelt weil man gemerkt hat dass das immer wieder in die katastrophe führt gab es im alten testament dann dieses gebot auge um auge also vergelte nicht mehr als dir geschehen ist sondern nur bis zu dieser grenze und jetzt scheinen wir das aber wieder vergessen zu haben aber ein paar einige zeit später kam dann eine andere botschaft die sagte lass das mit dem hass doch mal ganz bleiben versucht es doch mal friedlich und ich glaube das sollten wir doch heute gelernt haben und nicht wieder jahrtausend in die vergangenheit gehen in diesem sinne meine damen und herren vielleicht für jeden einzelnen so ein bisschen impuls was überlegen wie wir im alltag mit jemandem umgehen der uns im straßenverkehr schneidet der uns vermeintlich was böses tut oder einfach unachtsam war in diesem sinne einen schönen tag so